Hi Freunde und herzlich willkommen, hier war G-Gaming, Flo mit am Start, heute geht es um Foot Captains, genauer gesagt um Team Nummer 2. Ihr könnt ja schon mal sehen, wer am Start ist, wer in PAX unter anderem ist, Abedi, Pelé, wir haben Cordoba, Cole und Keen als Foot Hero Captains und die anderen sind ebenfalls als Foot Captains Karten in PAX verfügbar. Wir schauen uns heute wieder den Freitag 19 Uhr Content an, heißt Objective, SBCs und alles was dazugehört. Bevor wir rein starten, gerne Liebe dalassen, 500 Likes, gebe wieder als Ziel raus, dass wir sie so schnell wie möglich voll machen, gerne auch mehr als 500 Likes, Dankeschön für euren Support, gerne für den Algorithmus einen Kommentar hinterlassen, am besten mit eurer Meinung und mit eurer Top SBC für den heutigen Tag, beziehungsweise Top Spieler aus Team Nummer 2. Schreibt mir das mal gerne rein runter in die Kommentare, wenn ihr das noch nicht getan habt, das Ganze könnt ihr kostenlos machen, die Glocke aktivieren, ein Abo auf dem Weg Richtung 60.000 Abonnenten. Dankeschön für euren Support, für den täglichen Content, den es hier gibt und auch morgen sind wir natürlich am Start, heute wie gesagt jetzt erstmal anfangen wie immer mit den Zielen. Und da haben wir nach Stindl letzter Woche den Lemoan am Start, den müssen wir und zwar in Landeshelden. Was das genau ist, zeige ich euch gleich einmal machen. Torjäger, Angriffsaushilfe, siegreich, 4 Partien gewinnen und erzielen 8 mit angeschnittenem Schuss. Hier noch kleine feine Sets, die wir mitkriegen und dann wie gesagt Lemoan als Karte, 2-Stelle, 3-Stelle. Müssen wir gleich mal gucken, ob das ein Visual Bug ist. Sieht sehr ausgeglichen aus für eben, ja, falls ihr es noch nicht habt, ein weiterer Spieler quasi für die Ligue 1. Und Landeshelden, schauen wir mal gerade rein, was das Ganze hergibt. Gehen wir mal rüber und schauen uns an Landeshelden, klasse Spiel ist das Ganze, Länderregion maximal 1. Da müssen wir drauf aufpassen und dann 85er Gesamtrating oder höher nur maximal 1 und Leihspieler genau 0. Also da einen Squad einmal zusammenstellen, wenn ihr Bock auf den habt, den mitzunehmen. Und außerdem wieder neu am Start, refreshed die 4-Siege-Kapitänz-Pokal-Plus-Geschichte, wo ihr noch das Premium-Goldspieler-Pack aufnehmen könnt oder mit in den Verein nehmen könnt. Und apropos Sets, wir haben auch ein bisschen was im Shop am Start. Zwei Sets, um genau zu sein. Die letzte Kapitänz-Helden-Plus-Geschichte und dann noch ein Mega-Pack. Beides machen wir jetzt auf, bevor wir reingehen zur SPC und zur Team Nummer 2. Und das sieht richtig, richtig sexy aus. Vielleicht können wir jetzt hier einen ziehen. Das wäre auf jeden Fall extrem nice. Aber ich finde generell die Foot-Captains-Promo ist auf jeden Fall passend. Jetzt kurz vorm Team of the Season. Sonntag geht es ja, habe ich gestern euch im Video gezeigt, mit der Voting-Lost in Bezug auf Team of the Season. Und übrigens, gestern, Freunde, haben ja die Top-Partien gefehlt. Und auch die Puyol-Squad-Building-Challenge, die ist heute Mittag oder heute Nachmittag, muss man ja sagen, ist sie dann eigentlich doch rausgekommen. Also Top-Partien, zeige ich euch gleich genau auch noch. Und die Puyol-Squad-Building-Challenge. Oh, Vertrags-Pack. Ja, Dankeschön dafür, yay. Dankeschön dafür. So, gehen wir mal rein. Also zu den Squad-Building-Challenges und schauen uns das Ganze an, bevor wir reingehen in Team Nummer 2. Freunde, Tim Cahill. Wir haben tatsächlich die erste Foot-Hero-SBC draußen. Foot-Hero-Captain Tim Cahill ist draußen und die A ist heute wieder richtig hart am Gönnen. Also das ist geisteskrank. Läuft ab in 14 Tagen oder 13 Tagen. Eine Stürmer 91er Premier League-Karte mit diesen Stats für drei Segmenten. Und jetzt schaut euch das mal bitte an. Also, einen Team of the Week, 84er ist der Start. Dann geht es weiter mit einem 86er. Dann müssen wir einen Foot-Captains aber abgeben. Und dann einen 87er mit Team of the Week. Freunde, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Aber ich finde, preislich gesehen ist das eine richtig gute Squad-Building-Challenge. Für die Foot-Hero-Captain-Karte finde ich richtig nice, dass die A hier eine gönnt. Wir haben vier Stellen, vier Stellen. Hoch, hohe Arbeitsraten. Gut, könnten wir vielleicht drüber diskutieren. Aber sonst gute Stats. 99 Sprungkraft, 99 Kofferpräzision. Gute Dribbling-Stats. Wirklichkeit und Balance ist da. Pace ist da. Schuss ist da. Ruhe-Stat bei 90. Wir können vielleicht über den Pass diskutieren. Aber kurzer Pass zumindest bei 94. Ja, vielleicht ein Deadeye drauf. Was würdet ihr drauf packen? Schreibt mir das gerne mal rein in die Kommentare. Aber ich finde es auf jeden Fall, Kale, eine coole SPC. Genauer gucken wir uns das aber gleich bei Foot benennen. So, und dann seit gestern ja eben nicht am Start gewesen, sondern seit heute dann draußen. Die Top-Martin-SPC, Prime Gold-Spieler-Pack. Wir haben das Derby schlechthin. München-Gladbach gegen den FC. Dann haben wir Neapel gegen Rom. Und wir haben Sevilla, Real Madrid und PSG gegen Olympique. Marseille. Wieder Low-Rated Squads. Wieder das Ganze kennen. Auf jeden Fall mitnehmen. Die fünf insgesamt tradable Sets. Gruppen-Reward das Prime-Spieler-Pack mitnehmen, Freunde. Ja, bitte, bitte, bitte nicht vergessen. So, dann gehen wir zum Icon-Tab. Und da haben wir dann, ja, gestern rausgekommen, Karls Puyol eigentlich. Ja, die Puyol-Squad-Bandy-Challenge. Und da haben wir dann genau Silber, genau Bronze. 82er, 84er, 85er, zwei Stück und 86er. Also mal wieder ein neuer Innenverteidiger. Freunde, ich weiß nicht. Also davon die Kelini-SPC, die jetzt draußen war. Und so weiter und so fort. So viele Innenverteidiger. Also dann muss man jetzt nicht unbedingt auf einen Puyol gehen, der so eine komische Tempo-Aufteilung hat. Er hat hohe Reaktionen, ja. Hohe Def und vor allen Dingen heftige Physis. Aber, wie gesagt, einer von vielen, meiner Meinung nach. Und dann haben wir daneben Terry Orri. Der ist heute neu und frisch neu am Start. Natürlich auch eine Leih-Geschichte, ist doch klar. Und den schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an. Elf Segmente sind es nämlich, die wir abgeben müssen. Die Karte an sich, vier Sterne, vier Sterne, Hochmittel, Arbeitsraten. Heftiger Schuss, heftiges Tempo. Pass könnte bis auf den Effet besser sein. Dribbling ist heftig und das ist natürlich eine geisteskranke Karte. Deshalb elf Segmente für ihn. Bronze, Silber haben wir am Start. Dann Le Bleu, 83er, 85er, noch ein 85er, 86er, wahrscheinlich auch zwei. Zwei 87er, yes. Zwei 88er, nein. 88er und 89er, die wir abgeben müssen noch für einen Terry Orri. Also lasst bitte auch gerne mal eure Meinung wissen, genau was es kostet. Schauen wir uns vielleicht gleich mal bei Footbin. Und dementsprechend würde ich sagen, das ist der SPC-Content. Also Orri heute rausgekommen, Cahill und in Klammern dann Puyol und eben die Top-Partien SPC. Also let's go und rein zum Footbin. So vorne, da sind wir bei den Squad-Binding Challenges. Terry Orri, 54%, Daumen nach oben, 66%, Daumen hoch geht für Cahill. Hier einmal raus, ein Preis für beide SPCs. Die sind leider noch nicht am Start. Aber dennoch auf jeden Fall, meiner Meinung nach, auf jeden Fall gerade Tim Cahill. Einfach weil es eine Foot-Hero-Captain-SBC ist. Eine coole Geschichte. Und wie die Upgrades jetzt aussehen, das schauen wir uns jetzt an. Also Cahill, Pelé natürlich, Cole, Cordoba und Keane schauen wir uns auf jeden Fall an. Und dann müssen wir mal ganz klar über die anderen Karten gucken. Also Objective-Lemoren kann man vielleicht links liegen lassen. Schrägstrich. Und das ist jetzt mein Tipp in Bezug auf einen Cahill. Könnt ihr theoretisch natürlich, wenn ihr Stindl und Lemoren freischalten wollt, oder es noch nicht getan habt, gerne über die Ziele. Und dann eben, wenn ihr die spielen wollt, nutzen in der SPC von Cahill. Das ist mein kleiner, feiner Tipp, falls ihr euch noch nicht drauf gekommen seid, das auf jeden Fall zu machen. Dann haben wir, ja, man muss es einfach so sagen, Cheatcodes wieder am Start mit einem Marcelo, mit einem Lacazette. Henderson schauen wir uns mal an. Jose, Fonte, Handanovic, Ward-Prowse, Pellegrini, Talic, Trimmel und ein Boyata. Ich denke, die beiden Berliner, gerade in Bezug auf die letzte Showdown-Squad-Berlinie-Challenge. Ich glaube, deshalb sind unter anderem eben, ja, dann habt ihr quasi den Link, der grüne Link direkt zwischen den Berlinern quasi von der Showdown-Geschichte. Falls ihr beide gemacht habt, Schrägstrich. Falls ihr einen gemacht habt, könnt ihr die dann wunderbar einmal linken. Und ich würde sagen, vielleicht fangen wir da einmal direkt an mit einem Boyata. Ja, zwei Sterne, drei Sterne, seine erste Special-Karte am Start. Dementsprechend, ja, ein ordentlicher Boost. Reaction-Stat bei 84 jetzt am Start. Ein weiterer, es gibt ja so wenig Freunde der Sonne, ein weiterer Innenverteidiger, 94er mit Shadow und 94er mit einem Encore. Sehr, sehr geil. Eine weitere Option, aber es gibt viele, wie gesagt, da auf jeden Fall eine Möglichkeit. Mehr aber auch nicht. Direkt schon 90.000 Münzen, das sagt alles. Dann haben wir Trimmel, der natürlich auch jetzt nicht der teuerste. 38.000 Münzen, viele werden die vielleicht als SBC-Futter nutzen, ich weiß es nicht. Wir haben gute Ausdauer, Stamina, 93er am Start. Shadow, 92er Rechtsverteidiger, 91er. Der wird wahrscheinlich auch ein guter ZDM sein, wenn ich hier so die Stats mir mal anschaue, mit einem Engine, obwohl wir haben Powerhouse. Na gut, kommt drauf an. Also je nachdem, könnt ihr auch mit einem Shadow einmal testen. Und Pace bringt er auf jeden Fall mit. Das können wir auf jeden Fall so definitiv einmal festhalten. Tadeln schauen wir dann am Start. Mit 4 Stern, 4 Stern. Wir müssen auch mal gucken mit den... Jawohl, es ist mir hier das Upgrade am Start von 4,3 auf 4,4. Das können wir zumindest positiv auf jeden Fall hier einmal sehen. Mit Dead Eye, 95er ZDM mit 4 Stern, 4 Stern. Da wird es dann interessant. Und sonst natürlich seine Position vielleicht ein bisschen blöd. Aber kann man ja ingame alles umstellen. Gut, Dribbling-Sets sind da. Composures hoch. Ja, das auf jeden Fall sehr, sehr nice. Aber wie gesagt, aufgrund der Position der Liga und der Nation natürlich schwer zu linken. Gehen wir weiter zu Pellegrini. 4 Sterne, 3 Sterne. Wie sieht es da aus? Auch von 3,3 auf 4,3. Hoch geboostet. Hier auf der ZOM-Position zumindest jetzt am Start. Mit... Wow, also Dribbling für 90 Dribbling. Auch richtig gute Dribbling-Stats. Also hier, 90 passend, 90 Dribbling. Was da auf jeden Fall herausragt, muss man ganz klar so sagen. Und dann offensiv mit dem Dead Eye. Damit kann man auf jeden Fall was anfangen. Für eine 89er-Graded-Karte. Nicht schlecht, 107.000 Münzen. World Browse, 4,4. Hatten-Dandy schon immer. Nein. Von 3,3 auf 4,4. Sogar jetzt Weakfoot und Skillmoves. Einmal geupgradet. Boah, Powerhouse wird 92er. Und dann Enko und Shadow 91er am Start. Also auch hier wieder die nächste Allrounder-Karte. Wahrscheinlich mal mit Basic probieren. Ausdauer ist da. Mega Allrounder hier für die Premier League. Ich meine, da gibt es ja viele und einige. Und wir machen wahrscheinlich gleich auch noch weiter mit den ein oder anderen Premier League-Spielern. Aber später mehr dazu. Handanovic. Torhüter. Hier nochmal gerne zur Wiederholung. Der Reaction-Stat ist leider nicht. Der boostet sie nicht. Egal wie hoch geratet Torhüter sind. Der Reaction-Stat bleibt leider immer gleich. Das müsst ihr ja ändern. Sonst können wir einfach festhalten. Plus 2 in Bezug auf seinen Man of the Match. Und damit herzlichen Glückwunsch. Josef Fonte ist draußen. War auch schon mehr oder weniger. Ja, mehr als geleakt worden. 82 Pace. Gucken wir euch das mal an. 50 Pace. 50 auf Antritt und Sprintgeschwindigkeit. 30 auf Ausdauer. What? Was ist hier denn los? Also, Eginalton Balance auch maximal geboost mit 33 Eginalty. 30 Balance. Ja, kann man mal machen. Der nächste Innenverteidiger. Wie gesagt, es gibt so wenig. Ihr kennt meine Meinung. Zu den Innenverteidigern. Ich kann sie nicht mehr sehen. Ich kann sie nicht mehr sehen. An dem Punkt verstehe ich EA nicht. Und hier haben wir jetzt den nächsten. Aus der ZDM-ZM-Position. Aus eben der Premier League. Wir hatten ja eben hier Ward-Prowse. Als wäre der nicht schon genug. Nein. Es kommt natürlich jetzt noch ein Henderson. Um die Ecke. Mit 4 Sternen. 4 Sternen. Hatte die die auch schon vorher? Auch nicht. Also, von 3-3 auf 4-4. Ebenfalls geboostet. Linkmäßig. Und deshalb wahrscheinlich auch der Preis. Vor allen Dingen aber auch von den Zets. Wenn ich die hier gerade so sehe. Guck mal. 94 passen am Start. Wie sieht das denn? Ist das erlaubt? Ist das bitte erlaubt? 92 Vision. 93 Crossing. What? Was ist da denn los? Linkmäßig natürlich mit Liverpool. Viel besser. Viel, viel besser. Die Möglichkeit, den auf jeden Fall zu linken. England-Ding wie bei Ward-Prowse am Start. Wow. Was ist das bitte für eine Karte? Also, die überrascht mich. Das ist die erste, die mich hier heftig überrascht. What? Ach du Alarm. Balance können wir vielleicht drüber diskutieren. Wenn wir das Ganze resetten. Nur 84 auf der Balance drauf. Also, da könnte man dann doch drüber nachdenken. Vielleicht ein Engine drauf zu packen. Je nachdem, wo ihr in den spielt. Ja. Wenn ihr Pace braucht. Shadow. Also, da könnt ihr euch wirklich. Das ist... Also, das hier ist wirklich... Da könnt ihr euch aussuchen, was ihr wollt. Aber das ist schon sehr, 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 sehr gut, diese Karte. Und dann geht es weiter mit Lacazette. Und da, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, gehen bei mir natürlich die Erinnerungen hoch. Foot 9, äh, FIFA 19 mit einem Lacazette hier. FIFA 17, 95er hier. FIFA 16, FIFA 15. Die noch... Och, die 90er-Karte von 15. Freunde, Freunde, Freunde. Was waren das bitte für Zeiten? Also, Lacazette hier am Start. Ebenfalls mit einem... Nee, mit keinem Boost. Ich dachte, er hätte 4-3 gehabt. Er hat 4-4. Also, das kann ich jetzt auch nicht nachvollziehen, warum er nicht geboostet wird dann, wenn die anderen als Mittelfeldspieler geboostet werden. Ich hätte es ihm gegönnt. Stell euch mal vor, mit 5-Stern-Skills und 5-Stern-Weekfoot dann. Aber gut. EA, alles klar. Er bringt auf jeden Fall mit. Ordentlich Pace. Er bringt guten Schuss mit. Sehr, sehr gutes Dribbling. Wow. Sehr, sehr gutes Dribbling für den Stürmer. Gute Physis-Stats. Ja, das Einzige, was wir boosten müssen, ist vielleicht der Pace. Pass-Boost. Finde ich dann dementsprechend vielleicht nicht das Beste, obwohl dann ein G-Type Balance natürlich hochgeht. Sieht gut aus. Engine wahrscheinlich dann wieder, ne? Pace ist drauf. Passen. Und ein bisschen Dribbling boosten. Kann man mal machen, Freunde. Also, hier auch wieder maximal gute Karte. Was mich jetzt so ein bisschen stört, ist wieder Premier League. Also, ein bisschen Premier League. Lass nicht die ersten oder drei Spiele aus der Premier League. Gut, wir haben auch zwei aus der Bundesliga. Aber irgendwie vom Feeling her, ich weiß nicht, ob ihr es genauso seht. Oh mein Gott, was sehe ich denn da? Nein, haben sie nicht gez... Oh mein Gott. Five Star, Five Star, Marcelo. Alles klar. Gute Nacht. Das war es dann tatsächlich. Ich habe es eben wirklich nur just for fun gesagt. Ich wusste nicht, dass da Five Star, Five Star drauf sind. Dass es hier ein Cheat God ist. Aber what? Was ist das denn bitte? Von der 80 hoch, seine erste Special Karte ist da. Mit Five Star, Five Star. Sieben und neun... Oh mein Gott. Es ist egal, was ihr hier drauf packt. Lasst uns ihn mit Dateye Offensiv spielen. Hawk. Ab in den Sturm. 94er Stürmer. Five Star, Five Star. Gut, er ist relativ klein mit 1,74. Aber was? Das macht mich hier sprachlos. Was sind das bitte für Stats? Seht ihr das, Freunde? Seht ihr das? Können wir da bitte mal ranzoomen? Resetten? Seht ihr diese Stats? Krass. Also das ist wirklich absolut... Und wir sind nämlich bei den Heroes. Also das lässt mich wirklich... Wow. Das lächelt die Sparschus zurück. Gucken wir uns kurz ihn an. Gut, von der Silberkarte. Extrem gut geboostet. Ich glaube, ich werde ihn wahrscheinlich tatsächlich machen. Obwohl die Karte ist gut. Aber dann als SBC-Futter abgeben. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare. Agility und Balance ist extrem gut. SBC-Futter oder einfach mal im Verein belassen. Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Oh, was ist hier denn los? EA wieder am Failen. Cordoba. Fangen wir mit ihm an. Zwei Sterne, drei Sterne. Der nächste, ja. Der nächste Innenverteidiger. 90er Reaction ist gut. Alles klar. Encore. Wow. Also auch hier mega. Encore. 97er Innenverteidiger. Guckt euch die ganzen neuen 90er Stats an. Poh. Wahnsinn. Also das ist wirklich krank. Dann haben wir Pelé. Am Start 2, 5, 4 Sterne, 4 Sterne. Da können wir gleich mal jetzt direkt gucken. Warum hat er keine 5-Star auf dem drauf? Das wäre natürlich nochmal anders sexy gewesen. Sein Boost. Boah. 18 Heading Accuracy. Also Dev, obwohl es ein ZOM ist, ist Dev extrem gut geupgradet. Auch die Physis 8 auf Ausdauer drauf. Also das hier ist definitiv auch eine richtig gute, eine richtig gute Karte. Eine richtig, richtig gute Karte mit einem Dead Eye 97er. Basic drauf. Also da ist es auch komplett egal. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir jetzt hier in Cahill... Ah, jetzt öffnet er sich die Squad Building Challenge. 4 Sterne, 4 Sterne hat er am Start. Der Boost von 3, 4 auf 4, 4 jetzt. Sein Boost sieht sehr, sehr sexy aus. Auch hier sehr, sehr gut. Composure vor allen Dingen auf 11 geboostet. Und 15... Oh, auch Dev, sehr gut geboostet. Pace ist da. Also Freunde, das ist eine Karte, die jetzt auch ehrlich Spaß macht. Und für den Preis, wir gucken gleich nochmal, ob ein Preis am Start ist, können wir uns das auf jeden Fall geben. So, Cahill war das hier. Joe Cole, der fehlt noch. Und hier haben wir dann noch Robbie Keane, wenn das Ganze jetzt lädt. Fangen wir mit ihm mal kurz an. Also, 4 Sterne, 5 Sterne. Oh, hier auch der Up, das Upgrade. 4 Sterne Weakfoot vorher, jetzt 5 Sterne Weakfoot. Oh mein Gott. Okay, also hier Engine. Pass, auf jeden Fall boosten. Agility da bei 97. Balance bei 99. Ah, Freunde, das sind jetzt endlich Hero-Karten, die man nutzen kann. Das ist richtig nice. Richtig, richtig, richtig. Also, ja, mega. Einfach mega. Und dann haben wir Cole am Start mit 5 Sterne Skills. Haben sie nicht getan mit 5 Sterne Skills, Freunde. Mit 5 Sterne Skills. Die anderen haben wir ja keine Position Shades, ne? 5 Sterne Skills sind da. Ach, oh, hier ein Deadeye. Ja, ich glaube, damit kann man arbeiten, oder? Was meint ihr, Freunde? 91 Ausdauer, 90er Composure. Agility und Balance ist schon da. Passen jetzt. Der Schuss ist maximal da. Ja, warum denn nicht? Engine drauf. Weiß ich jetzt nicht. Finisher vielleicht. Ja, ich würde tatsächlich mit dem Deadeye gehen. Und dann den aus der ZOM-Position vielleicht sogar ein bisschen zurückgezogen. 5 Sterne, 4 Sterne. Mega. Ja, also heute wirklich wenig Content mit Squirt Squad Blending Challenges mit Ori und einem Kale. Und dann aber Team Nummer 2, was einfach maximal am Rasieren ist. Wir haben leider noch keinen Preis von Tim Kale. Lasst mich gerne mal eure Meinung wissen zu einem Kale. Lasst mich gerne mal wissen, was ist für euch der Top-Spieler aus eben Team Nummer 2? Welche Foot Hero Karte wollt ihr auf jeden Fall spielen? Welche wollt ihr ziehen? Und habt ihr vielleicht sogar schon eine gezogen? Schreibt mir das mal gerne rein runter in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall extrem begeistert von Team Nummer 2, von den Foot Hero Captains und von der Kale Squad Blending Challenge. Ich bin gespannt, was morgen so kommt. Ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall wieder dabei. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen wird. Ja, Daumen nach oben da lassen, mit euren Freunden teilen und morgen wieder einschalten. Also, in dem Sinne, euer Flo von Archie Gaming. Euch einen entspannten Abend. Ciao, Leute.